Yo, Leute! Ihr wolltet mal wieder eine lustige Reaction haben, deswegen habe ich euch was ganz Wahnsinniges rausgesucht. Und zwar ganz viele komische Minecraft-Videos, die wirklich komisch sind. Und da schauen wir jetzt direkt rein! So, schauen wir mal hier rein. Oh, Alter! Was ist das denn? Nein! Oh mein Gott, er schießt nach oben. Oh, er schießt irgendwas ab. Oh, wow! Okay, ich muss ganz ehrlich sagen, diese Art von Videos. Alter, was ist das? Sieht einfach aus wie ein echter Mensch so ein bisschen, aber der Kopf ist so komisch. Aber irgendwie ist es trotzdem Minecraft. Diese Hand, die er da hat, die ist fast größer als seine Schulter irgendwie. Das sind so komische Videos, aber irgendwie sind sie auch ein bisschen Minecraft. Oh mein Gott, und da fliegt er runter. Dieser Ender Dragon sieht auch voll echt aus. Irgendwie sieht es echt aus, aber irgendwie auch nicht. Lass uns noch eine Folge gucken. Oh mein Gott. Oh mein Gott! Was sind das für Schafe? Aber das kleine Schaf sieht süß aus. Das sah echt süß aus. Ich muss sagen, diese Minecraft-Schafe haben mir auch gefallen. Ich war auch mal so ein Minecraft-Schaf. Auf Instagram gibt es ein Bild von mir, wo ich auch mal ein Minecraft-Schaf war. Da sah ich auch circa so aus. Okay, was haben wir hier? Das ist ein Tutorial für ein Käfig von einem Vogel. Schauen wir rein. Okay. Oh mein Gott! Wie echt sehen die denn aus? Alter, was ein Tutorial! Das sieht ja mega cool aus. Der hat einfach drei so Vögel in so einen Glaskasten gesteckt. Wobei ich sagen muss, das ist nicht unbedingt die beste Art und Weise, einen Vogel zu halten. Dementsprechend, naja, es ist so lala. Oh mein Gott, das ist wieder so ein kleines Schaf! Ein kleines Schaf! Okay, schauen wir rein. Oh mein Gott. Dirt. Oh nein, es brennt! Nein! Oh mein Gott. Oh mein Gott, und da sind Zombies, die einfach brennen. Einfach in real life. Was? Was ist das denn gerade? What a fish! Da sterben die Zombies. Was ist das denn? Warum wird das leider... Oh mein Gott, diese Videos, das ist so komisch. Wir schauen noch eins. Es passiert wieder irgendwas komisches. Okay. Yeah, yeah. Gut. Das war nicht echt witzig. Oh, das ist echt... Okay, gut, ich muss aufhören. Aber das war nicht gut. Mal schauen, was das ist. Oh yeah. Warum baut der eigentlich Blätter ab, wo eigentlich Baumstämme sein müssen? Und warum... Oh mein Gott, da war ein Creeper. Oh mein Gott, was war das denn gerade? Oh mein Gott. Das ist so komisch. Warum sind denn die Baumstämme aus Blätter? Und die Blätter sind Baumstämme. Oh Gott, das ist alles so komisch. Nein, dieser Creeper. Alter, der sieht richtig gruselig aus. Guck mal, wie der aussieht. Ah. Und der springt dann auch hinterher. Alter, diese Videos enden so komisch. Oh mein Gott. Minecraft RTX 90% Mumbo Jumbo. Mal gucken, was das ist. Oh Gott. Oh mein Gott, ich habe Angst. Hä? Oh mein Gott, der kriegt ein Geschenk? Oh. Oh. Ehrenmann. Ehrenmann. Deswegen Leute, helfen und helfen lassen. Denn eine Hand wäscht die andere. Okay? Richtig nice. Okay, was haben wir hier? 89% Reese Puffs. Keine Ahnung, warum das so heißt. Aber das sieht sehr echt aus. Das sieht wirklich sehr echt aus. Wow. Und es ist ein riesiger HD-Block, den wir uns da ansehen. Was? Wenn du es nicht gesehen hast, dann dreh dein Handy auf die andere Richtung. Aber ich kann mein Handy nicht drehen. Ich gucke auf den PC-Bildschirm. Hä, was habe ich da nicht gesehen? Was ist das? Was ist das? Einfach ein Steve, der mit seinem dicken Arsch wackelt. Alter. Diese Minecraft-Videos. Die sind so schlecht, ich muss noch eins sehen. 87% einfach Nein sagen. Oh Gott. Oh Gott. Hey there. Do you want to be friends with me? Oh. You said it just said no! Oh mein Gott. Das arme Skelett. Es wollte nur ein Freund von ihm sein und er hat ihn angegriffen. Das ist echt gemein. Oh nein, was ist das? Oh Gott. Schafe. Es geht mal wieder auf Schafe. Oh, die sehen so süß aus von dem. Oh. Ja. Oh nein. Er hat ein Elternteil umgebracht. Oh, aber diese Schafe sehen immer so süß aus. Die sehen so echt aus, aber auch so Minecraftig. Oh Mann. Oh mein Gott. Was passiert hier? 83% Pablo. Was bedeutet Pablo? Das ist ein neuer Freund. Pablo. Okay. Hä? Er will mit ihm softe Tacos essen gehen und danach kommt die Mutter. Pablo. Okay. Pablo. Das ist so komisch. Okay. Noch ein. Oh nein Gott. Springt der da rein. Nein. Kleiner. Oh mein Gott. Mit der Rakete. Er rettet ihn mit der Rakete. Hallo. Rettet er ihn jetzt mit der Rakete? Wasser. Auf den Boden gesetzt. Ja. Wasser dahin. Und. Ah. Es war so klar, Digga. Der ist einfach daneben geflogen. Er ist einfach daneben geflogen. Mann. Okay. Oh mein Gott. Ist das animiert? Oh yeah, Mann. Der hat richtig viele von den Axolotls. Axolotls. Axolotl. Ein sehr tolles Tier. Bisher hatte ich den noch nicht in Minecraft. Hier. Das Fishtank Tutorial. Oh mein Gott. Das sieht cool aus. Oh mein Gott. Das Wasser. Wow. Oh yeah. Oh let's go. Das sieht gut aus. Sieht ja mega aus. So ein richtig schönes 3D-Texture-Pack. Ich finde es gut, dass manche Videos so normal sind. Manche sind richtig. Oh mein Gott. Das ist wieder so ein komisches. Oh nein. Kämpft gegen den Creeper. Oh nein. Thank God I'm safe with you. Oh, ein Schaf. Oh nein. Das Schaf ist explodiert. Oh Mist. Alter, diese Creeper von dem sehen so schleimig und so komisch aus. Wie so Aliens. Oh Gott. Da ist wieder dieser Steve, der so komisch aussieht. Oh mein Gott. Er ist einfach auf... Er ist durch den Bedrock durchgekommen. Und da ist jetzt nur noch die Void. Meine Güte. Oh nein. Da ist er wieder. Da ist er wieder. Okay, let's go. Oh nein. Ich weiß, was hier passiert. Ich kann das nicht. Nein. Ich kann das nicht. Und da muss ich skippen, Mann. Die sind so verrückt, Mann. Verrückte Tutorial. Ich schau mir das an. Yeah, yeah, yeah. Okay. Er baut einen Glowstone oben drauf. Und dann hier noch und da noch mal ein paar kleine von diesen Steinchen. Das sieht gut aus. Komm, bau uns ein Aquarium. Yes, Sir. Das wird gut aussehen. Er macht es direkt mit diesen Klappen. Und dann auch in der Mitte noch mal Wasser rein. Oh mein Gott. Dem sein Wasser sieht so schön aus. Yo. Alter. Auf einmal sind da einfach Fische am Ende drin. Sieht richtig gut aus. Dieser Mann, ey. Der hat es drauf. Okay. Oh nein. Oh nein. Da ist eine Kiste. Ich habe Angst davor. Ich habe Angst davor. Okay, ich mache es. Ich werde es gucken. Ey, da ist übrigens dieses Minecraft-Bild. Richtig HD. Voll nice. Hallo? Ich habe es gar nicht bewusst. Ich habe es gar nicht bewusst. Oh mein Gott. Gehen wir weiter. Was ist das? Oh nein, da ist ein pinker Creeper in einem Spinnenweben. Okay. Was macht er? Nein, kleiner Creeper. Oh, 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 oh. Er baut ihm einen Weg hin, damit er runterkommen kann. Komm zu uns, Bro. Komm zu uns. Ja, er freut sich. Oh mein Gott. Was? Einfach ein netter Creeper? Oh, guck mal. Wir werden angegriffen von einem Minecraft-Spieler. Und da kommt der grüne... Oh mein Gott. Der pinke Creeper ist wieder da. Und er bringt tatsächlich seinen Vater mit. Oder wer auch immer, wer das ist. Meine Güte, Alter. Oh mein Gott. Bitte nicht. Einfach hier der Stein. Oh, okay, okay. Oh, oh. Oh. Das ist eigentlich... Oh mein Gott. Das sieht so cool aus. Es ist so hart gemeint. Aber es ist cool gemacht. Mit Herobrine einfach. Alter. Was geht denn da alles ab, ey? Wow. Das ist doch mit der Musik so gut gemacht. Alter. Nicht übel. Was haben wir da? Oh Gott. Wasser drauf. Obsidian ist da. Jetzt baut er das Ganze richtig schön ab. Er baut ab. Er baut ab. Oh nein. Und da ist der Obsidian wieder verbrannt. Wow. Na, toll. Er baut es ab. Diamant ist da. Oha, Obsidian mit einem Schlag. Glas mit einem Schlag. Oh, oh. Oh mein Gott. Lava mit einem Schlag. Badrock mit einem Schlag. Oh mein Gott. Einfach alles mit einem Schlag. Was soll denn das? Letztes. Letztes Video. Mal gucken, ob das ein Brecher ist. Oh Gott. Okay. Mit der Diamantspitzhacke. Kriegt der das Dirt nicht abgebaut? Das war das Video. Okay. Herr Werther. Jake Fellman. Das waren echt coole Videos. Ich fand die Videos witzig. Leute, schreibt mir gerne in die Kommentare, welches Video ihr am witzigsten fandet. Ich freue mich auf jeden Fall, von euch Feedback zu bekommen. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Haut rein, Leute. Und ciao.